Und jetzt, meine Damen und Herren, Monika, du kannst auch kaum noch an dich halten. Musik liegt in der Luft, wirklich unglaublich hohe Wellen, während es nicht gedacht, was mir da für eine Welle lostreht, meine Damen und Herren, unser Idiotenlied. Unglaublich hohe Wellen geschlagen. Vielleicht erinnern Sie sich, in der vorletzten Sendung haben wir in Anlehnung an solche musikalischen Überkracher, wie zum Beispiel einen Ententanz oder Hol dein Lass so raus, wir reiten jetzt ins Irrenhaus. In Anlehnung an solche Lieder, die so eine Choreografie beinhalten, die den Text untermalen. Da haben wir damals ja vor zwei Sendungen aus dem Stegreif heraus ein Idiotenlied zum Besten gegeben. Und wir sind total überrannt worden mit Zuschriften. Wir sollen es doch bitte, bitte nochmal machen. Das war so lustig. Und Sie wollen das auch bei der nächsten Betriebsfeier mit der ganzen Belegschaft machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, letztendlich sind wir die Sklaven unserer Fans. Und was Sie wollen, machen wir natürlich. Und darum machen wir es einfach nochmal. Sie dürfen auch gerne mitmachen, wer es kann, die Choreografie. Unbedingt sogar. Das ist, man lernt es relativ schnell. Gut, bitte Herr Kapellmeister, ich bitte Musik. Wir sind die Besten im ganzen Westen und unsere Mäuschen sind aus den Häuschen. Und alle wissen, ja alle wissen, ja alle wissen, uns haben sie ins Hirn hineingeschissen. Alle! Wir sind die Besten im ganzen Westen und unsere Mäuschen sind aus den Mäuschen. Und alle wissen, ja alle wissen, uns haben sie ins Hirn hineingeschissen. Hallo! Fuck! Applaus